Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir schauen uns heute mal wieder einen relativ speziellen Kühler an und das ist der Cooler Master V10. Könnte man schon fast sagen, dass es eine Hardware-Legende ist. Der Kühler ist 14 Jahre alt und wurde 2009 von Cooler Master vorgestellt als ein Hybrid-Luftkühler. Was genau dahinter steckt und wie gut er sich gegen einen aktuellen Luftkühler schlägt, das schauen wir uns heute an. Dieses Video wird unterstützt von Corsa und den neuen DDR5 Speicherkits Dominator Titanium. Wir haben uns die neuen Kits schon zusammen auf der Computex angeschaut und diese sind jetzt endlich verfügbar. Gerade passend zur neuen Intel 14. Generation, die wir uns hier in diesem Video anschauen, gibt es Kits mit hoher Leistung wie 7200C36 und dabei 48 GB Kapazität. Dominator Titanium sind IQ-kompatibel für die Überwachung der Temperatur und Steuerung der RGB-LEDs. Außerdem lassen sich beim Dominator Titanium je nach Wunsch die Oberteile individualisieren und zum Beispiel gegen Kühlrippen austauschen. Mehr Informationen findet ihr im Link in der Beschreibung. Der Cooler Master V10 ist vor allem für die damaligen Verhältnisse und auch immer jetzt noch wirklich ein riesen Klopper. Für einen Luftkühler ein massiv großes Teil, den schauen wir uns auch gleich im Close-Up an und ich habe mir als Vergleichsobjekt dazu den BeQuiet Dicroc Pro 5 gekauft. Hauptsächlich deswegen, weil der damals vorgestellt wurde mit 100 Euro am Markt und der kostet heute auch 100 Euro am Markt. Also preislich einigermaßen gleich. Klar, wenn man jetzt von 14 Jahren die Inflation mit drauf rechnet, dann könnte man sagen, dass der Kühler hier ein gutes Stück teurer ist als der hier. Aber einfach nur für die Einfachheit her habe ich mir deswegen den Kühler geholt und der soll für 270 Watt TDP ausgelegt sein. Der BeQuiet Kühler, der Cooler Master war damals angegeben mit 200 Watt plus. Und was bietet sich da Besseres an als ein 14.900K, den damit zu testen, weil der weiß er einfach nicht wohin mit seiner Abwärme. Dementsprechend bauen wir als erstes den Dicroc Pro 5 auf den 14.900K, schauen uns an, wie viel Hitze kann der abführen und gegebenenfalls welchen Temperaturen erreichen wir. Also was die Verarbeitung betrifft, ist der BeQuiet hier echt. Der ist wirklich, wirklich gut gemacht. Gefällt mir auch gut. Montage ist auch super einfach. Also die Backplate hinten ran, die zwei Bügel drauf und dann von oben hier den Kühler verschrauben. Ja, bin mal gespannt, was er kann. Der Lüfter in der Mitte ist auf jeden Fall kein Standardlüfter. Da sieht man dort unten Aussparungen für die Schrauben, die da unten sind, dass es da so reinpasst. Und im Prinzip ist der Lüfter auch gleichzeitig der Rahmen. Interessantes Design. Das einzige, was bei diesem Kühler ein bisschen komisch ist, ist der Lüfter. Also wenn man das jetzt mal so betrachtet, dass man hier den schönen Kühlkörper hat mit der Abdeckung oben drauf, dann sieht es irgendwie so aus, als hätte sich da nachträglich einer gedacht so, jo, klatsch doch da rechts noch mal einen Lüfter ran für ein bisschen mehr Performance. Mir ist schon klar, dass der auch mehr Performance bringt. Nur sieht es halt vom Design irgendwie so aus, als gehört er irgendwie nicht so wirklich dazu. Denk mal, der Dicroc Elite, der macht das wahrscheinlich besser, weil der vom Äußeren her so ein bisschen mehr in den Kühler verschmilzt. Was mich jetzt natürlich interessiert, ist, wie viel Wärme kann dieser Kühler dauerhaft abgeben? Also der Dicroc Pro 5. Wir kennen das ja, wenn wir der Cinebench R23 starten. Ich mache das jetzt einfach mal. Ja, ihr seht, die CPU, die gönnt sich einiges. Also wir haben hier direkte Peak 323 Watt, 100 Grad Celsius und dann regelt sich die CPU eben nach unten, je nachdem, welche Kühlungskapazität dieser Kühler hat. Also wir lassen es noch mal kurz laufen. Denn das ist auch nicht die Standardeinstellung von 14.900K. Ihr seht, ich habe hier Power Limit freigeschaltet auf 4.095 Watt, PL1, PL2 und ich werde jetzt gleich einfach mal diesen 30 Minuten Cinebench Test laufen lassen. Und dann gucken wir mal so nach 15, 20 Minuten, wo sich das eingepegelt hat. Also wie viel Wärme der Kühler dauerhaft abführen kann. Nach fast 20 Minuten haben wir jetzt im Schnitt 272 Watt, die da Kühler dauerhaft abführen kann. Das ist wirklich eine krasse Punktlandung von BeQuiet, weil die geben hier oben 270 Watt TDP an. Und da muss man ja immer im Hinterkopf behalten, zum Beispiel der 14.900K, der hier drauf ist, der wird ja mit einer TDP von 125 Watt verkauft. Also das ist irgendwie so eine Angabe, typische Leistungsaufnahme irgendwie so in der Richtung. Und man sieht ja aber, unter Volllast zieht ein 14.900K unter Umständen deutlich mehr. Deswegen hat es mich tatsächlich überrascht, dass unter Volllast, also dauerhaft, der Kühler auch wirklich die ganze Zeit 270 Watt abführen kann. Und ich muss dazu sagen, ich habe hier gerade eine Raumtemperatur von ungefähr 25 Grad. Bedeutet bei 20 Grad kann der Kühler vielleicht sogar, keine Ahnung, 280, 290 Watt abführen. Also schon mal wirklich gut. Hat mich überrascht, wie gut dieser BeQuiet Kühler ist und auch wie leise er währenddessen ist, weil gerade läuft immer noch der Stresstest. Kommt auch echt schön warme Luft die ganze Zeit hierher. Und wir werden deswegen jetzt mal auf den V10 umbauen. Und somit haben wir jetzt schon mal einen Referenzwert, was denn ein aktueller, guter Luftkühler so an Wärme abführen kann. Bin ich mal gespannt, was dieses Ding hier leisten kann. Hier haben wir jetzt den Cooler Master V10 Luftkühler und der ist vom Design her einfach schon mal sehr, sehr komisch und vor allem sehr, sehr groß. Weil ein bisschen so ähnlich wie beim BeQuiet Kühler, nur noch mal deutlich mehr ins Extreme, haben wir eben in der Mitte zentral einen Luftkühler, könnte man annehmen. Und dann links hängt noch mal Luftkühler dran. Der Grund dafür ist vor allem das Pelletier Element, was sich hier unten rechts befindet. Wenn wir uns den Kühler von unten anschauen, dann wird das Ganze noch mal deutlicher, wie das Ding aufgebaut ist. Also wir haben hier unten natürlich die Kontaktfläche zur CPU. Ich habe mir hier auch neue Halterungen gefräst, damit es auch auf Soccer 1700 passt. Ansonsten, ich glaube original war das nur Soccer 775, ich bin mir gar nicht mehr sicher, oder 1366. Auf jeden Fall hat es nicht gepasst, habe mir dann neue Teile gemacht. Und jetzt sieht man auch, also wir haben hier wie gesagt die Platte. Und hier gehen links und rechts Heatpipes davon weg. Die gehen dann erstmal zu diesem großen Teil. Und wir haben hier nochmal, wie man sehen kann, Heatpipes, die nach unten runter gehen, zu dem Block an Kühlfinnen. Und hier haben wir einen weiteren Block an Kühlfinnen. Allerdings, also wenn man da jetzt mal reinschaut, die Heatpipes, die zum rechten Teil gehen, also der ganze rechte Kühlblock hier, also diese große Anzahl an Kühlfinnen, die gehen nicht zu dieser Kontaktfläche, sondern zu dem Part hier. Und da sitzt eben ein Pelletier-Element drin. Ich versuche das für euch so zu filmen, dass ihr das möglichst gut verstehen, sehen, nachvollziehen könnt. Hier ist ein normaler 4-Pin-Modex und der ist für die Stromzufuhr von dem Pelletier-Element, der es übrigens 70 Watt Leistungsaufnahme haben soll. Das bedeutet, die haben sich damals gedacht, wir bauen da ein zusätzliches Pelletier-Element ein. Und für die, die das vielleicht nicht kennen, das sind so kleine Plättchen. Das sieht man hier so vielleicht ein bisschen zwischendrin. Und die werden auf der einen Seite heiß und auf der anderen Seite kalt, wenn man da eine Spannung anlegt. Und je kälter man die warme Seite hält, desto kälter wird auch die kalte Seite. Und dann dachten die sich, cool, wir bauen hier so ein 70 Watt Pelletier-Element ein, dass wir über den unteren Kühler hier kühlen und über die Heatpipes, die hier dran sind, wollen wir die Auflagefläche zur CPU kühlen. Das ist so ein bisschen, ich will mal sagen, dumm gemacht, ja, aus mehrerlei Hinsicht. Erstmal ist es so, man versucht ja über das Pelletier-Element hier Wärme abzuführen. Also man versucht hier die Wärme über die Heatpipes hier rüber zu leiten, durch das Pelletier-Element durch und dann hier die Wärme darüber abführen. Das bedeutet erstmal, dass wir grundsätzlich, egal was wir machen, 70 Watt an Energie über diese Kühlfinnen hier ableiten müssen. Wenn wir zusätzlich Wärme hier beiführen, über die CPU, dann muss diese Wärme zusätzlich mit abgeführt werden. Zum Beispiel 30 Watt extra, dann wären es insgesamt eben 100 Watt, die hier abgeführt werden müssen. So und jetzt haben wir auf der rechten Seite nochmal Kühlfinnen. Das Problem ist, wir haben hier eine durchgehende Heatpipes Konstruktion. Bedeutet gleichermaßen, wenn diese Fläche hier jetzt mal angenommen durch das Pelletier-Element sehr kalt wäre, vielleicht mal 0 Grad Celsius, dann würde diese Seite hier das aufheizen. Das ist halt so ein bisschen das Problem an der Sache. Also es ergibt nicht wirklich Sinn vom Kühlkonzept her. Man versucht Wärme zu entziehen über das Pelletier-Element, aber man kann es auch nicht wirklich zu einem hohen Maße, weil dann automatisch die andere Seite, ich sag mal, gegenheizen würde. Und das ist so ein bisschen ein Problem an dem Kühler. Und ich habe keine Ahnung, wie gut dieses Ding performt. Ich habe es selber noch nie benutzt und da bin ich echt mal gespannt, wenn wir den gleich mal montieren, wie gut dieses Konzept funktioniert. Hier unten der schwarze Kasten ist übrigens noch eine Steuereinheit. Und zumindest mal von dem, woran ich mich erinnere, war die dazu da, dass es auch nicht unterhalb der Raumtemperatur dann funktioniert. Also sobald das Pelletier-Element eine gewisse Temperatur unterschreitet, würde es das Pelletier-Element ausschalten. Einfach nur, damit es keine Kondensation gibt. Aber bei einem 70 Watt Pelletier-Element und der Tatsache, dass es eigentlich immer läuft, bin ich wirklich mal gespannt, was für Temperaturen wir da erreichen können. Vor allem im Idle. Gerade jetzt, wo der Kühler montiert ist, wird einem eigentlich erstmal bewusst, wie groß dieses Teil eigentlich ist. Also schaut euch einfach mal an, wie krass der über das Mainboard hinausragt und auch wieder über dem Speicher sitzt. Das ist eigentlich gar nicht so übel. Gerade bei DDR5 werden manche Kits auch ordentlich warm. Da ist es gar nicht so schlecht, wenn man so einen Lüfter hat, der dann so oben auch noch auf die RAM-Sticks draufbläst, wenn man die auch hier drunter bekommt. Also ihr seht, ich habe auch relativ kleine Sticks hier verbaut, weil zum Beispiel die großen Dominator, die kriegt ihr da auf gar keinen Fall drunter. Die Temperatur im BIOS, die ist auf jeden Fall schon mal nicht so prickelnd. Also der Kühler hat auf jeden Fall Kontakt. Das habe ich vorher auch gecheckt. Daran liegt es nicht. Schauen wir mal in Windows. Ich würde das mal sagen, im Windows Idle unterscheidet sich das nicht wirklich vom Be Quiet Kühler. Zumindest mal, wenn ich hier die Package Temperatur anschaue. Wir schauen jetzt einfach mal, was sich beim Takt tut während Cinebench R23. Da hatten wir vorher immer zwischen 5,4 und 5,6 GHz in etwa. Takt ist ähnlich, Temperaturen ähnlich, Leistungsaufnahme ähnlich. Und wir hatten letztes Mal beim Ergebnis zwischen 39.000 und 40.000 Punkte. Also ich würde sagen, das ist ziemlich identisch. Minimal schlechter vielleicht, aber könnte auch Schwankungen sein. Also soweit erstmal gar nicht so übel. Wie ihr sehen könnt, hat sich der Kühler jetzt ziemlich genau bei 220 Watt eingependelt. Das heißt, wir sind hier gute 50 Watt, die dieser Kühler weniger abführen kann als der Be Quiet. Und ich kann euch sagen, bei gefühlter dreifachen Lautstärke. Was mich jetzt allerdings interessiert, ist, ob das Pelletier-Element überhaupt irgendwas bringt. Also zumindest mal, wenn ich das hier anfasse, dann ist das alles einfach nur warm. Ich stecke das jetzt aus im laufenden Betrieb und dann wiederhole ich einfach den Test und wir schauen, ob sich bei der abgeführten Wärmemenge irgendwas ändert. Ich denke nicht, dass ich hier zu lange testen muss, weil schon nach knapp zehn Minuten bin ich direkt wieder bei den 220, 221 Watt. Das ist tatsächlich komisch. Deswegen will ich jetzt einfach mal wissen, ob hier überhaupt irgendwas passiert. Und wir schließen einfach mal die Strommesszange hier an 12 Volt an vom Molex. Weil wenn, also Pelletier wird auf jeden Fall über 12 Volt laufen. Wir stecken das mal wieder ein. Struggle, sag ich, Molex Kabel. Das ist es immer. Wie ihr sehen könnt, da tut sich nichts. Das bedeutet, da fließt kein Strom. Interessante Wendung. Das erklärt, warum auf jeden Fall die Leistungsaufnahme in beiden Fällen exakt gleich war, zeigt, dass der Test zumindest mal reproduzierbar ist. Bedeutet aber auch, dass entweder der Controller oder das Pelletier-Element nicht funktionieren. Und da werde ich jetzt mal das Ding auseinanderschrauben und dann entsprechend entweder versuchen, den Controller zu fixen oder vielleicht ein neues Pelletier-Element bestellen. Als erstes werde ich jetzt natürlich erstmal den Körper von dem Ding abnehmen. Das heißt, hier habe ich ein paar Schrauben rausgemacht. Hier vier, da zwei. Versuche ich das mal zu entfernen. Ohne Gehäuse und ohne Lüfter ist das echt gar nicht mehr so spektakulär, das Ding. Sieht eigentlich aus wie so ein Doppel-Tower-Kühler. Einfach noch mit so einem Ding an der Seite hier dran. Da haben wir schon mal die Steuerung. Und hier sehen wir auch einen kleinen Temperaturfühler. Und der war genau verbunden mit der Platte da unten. Also kann er da zumindest mal schon die Temperatur von der Cold Plate auffassen. Und da rechts geht es dann weiter zum Pelletier-Element. Keine Ahnung, ob ihr das richtig sehen könnt. Auf dem Stecker ist irgendwie so ein bisschen verbrannt. Sieht aus wie Lötchen. Das ist schon komisch. Das sieht ja richtig gut aus. Ist das hier etwa der Vorläufer vom Nvidia 12 Volt High Power Stecker oder was ist hier passiert? Uff, das sieht ja nicht so gut aus. Ist halt die Frage, weil der Stecker, man sieht schon, der scheint nicht ganz drin gewesen zu sein. Und das sieht auch schon älter aus. Also das ist mit Sicherheit jetzt nicht passiert, als ich das getestet habe, sondern wahrscheinlich schon beim Vorbesitzer. Vielleicht lässt sich das auch schon lösen, indem ich vielleicht einfach das Pelletier-Element anlöte oder den Stecker wieder richtig aufschiebe. Auf jeden Fall, ja, das ist schon mal wahrscheinlich die Erklärung. Uff, hm. Also den Stecker werde ich auf jeden Fall nicht wiederverwenden. Wir checken jetzt erstmal einfach, ob wir hier einen Kurzschluss dazwischen haben, so der erste Weg. Und dann könnten wir im zweiten Schritt messen, ob da vielleicht eine Spannung anliegt. Also das sieht schon mal gut aus. Keinerlei Kontakt. So, hab's schon mal angeschlossen und sollte reichen für ein paar Sekunden anmachen, dass wir checken können, ob da eine Spannung rauskommt oder nicht. Da macht auf jeden Fall irgendwas. Aktuell 7 Volt. Kommt zumindest mal was an. Also scheint nicht komplett tot zu sein. Ich habe das Pelletier-Element jetzt mal direkt hingelötet, einfach nur um zu schauen, ob vielleicht der Stecker das Problem war. Und wir schließen das jetzt mal an, an den Molex und checken dann, ob hier in Strom fließt, ob hier irgendwas passiert. Vielleicht reicht es auch einfach nur das anzufassen, zu schauen, ob es kalt wird. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Wir haben ja hier aktuell gerade eine Strommesszange dran. Die steht auf 1 Millivolt pro 10 Milliampere. Wir haben hier gerade aktuell so um die 260 Milliampere. Das bedeutet, wir haben hier aktuell ungefähr 2,6 Ampere, die hier fließen. Und ich habe auch noch mal die Spannung gemessen. Die ist aktuell immer noch bei circa 7 Volt. Das bedeutet dementsprechend, dass das Pelletier gerade eine Leistung von vielleicht 20 Watt hat. Das ist halt echt nicht viel. Da passiert nicht wirklich was. Das ist wirklich komisch. Ich weiß nicht, warum der Controller, also erstens mal, warum so wenig Strom fließt und auch warum der Controller nur eine Spannung von 6 bis 7 Volt aktuell ausgibt. Wirklich mit 20 Watt Leistung, das brauche ich gar nicht probieren. Das wird gar nichts bringen. Das macht es unter Umständen vielleicht sogar noch schlechter. Ich habe mir mal noch Ersatz Pelletier-Elemente, wie gesagt, bestellt und ich werde jetzt einfach mal das Pelletier-Element tauschen. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie gealtert ist, ob das immer schon so kacke war oder ob das mit einem neuen bisschen besser funktioniert. Und ich löte da einfach dann fest einen 4-Pin-Modex-Stecker dran. Dann können wir es direkt auf 12 Volt anschließen. Dann hat es auch eine entsprechende Leistung. Und dann können wir auch besser feststellen, ob es irgendwas bringt, was es macht. Weil so, ich weiß nicht, ob der Controller auch vielleicht irgendwie ein Problem hat, ob der irgendwie komisch was macht. Und wenn wir einfach die volle Leistung dem Pelletier geben, dann geht da vielleicht was oder auch nicht. Jetzt, wo das Pelletier-Element weg ist und der Teil, der nur die Hitze im Prinzip vom Pelletier-Element abführt, sieht man mal, wie wenig Kühler da eigentlich übrig geblieben ist. Also es ist gar nicht so viel. Und hier der Kühler, der interessanterweise gefühlt dicker ist als dieser Teil hier. Nur um das Pelletier-Element zu kühlen, das hängt auch hier oben dran. Hat ja auch in der Mitte gar nicht so wirklich großen Kontakt zum Kühler. Das sieht man auch hier relativ gut. Da ist in der Mitte gefühlt gar nichts. Also das ist auf jeden Fall kein so gutes Zeichen für die Verarbeitung. Das heißt, das mache ich jetzt ab, mache es ein bisschen sauber und dann mit neuer Wärmeleitpaste das neue Pelletier-Element dran. Gut, neues Pelletier-Element ist schon mal drauf und jetzt auch wieder im Kühler eingebaut. Das System läuft soweit. Ihr könnt auch sehen, ich habe das Pelletier-Element noch nicht eingesteckt und das sind die Temperaturen, die wir jetzt gerade hier im Idle sehen. Ich würde sagen, im Schnitt zwischen irgendwie 30 und 35, vielleicht 36 Grad Celsius sehen wir auf den P-Cores. Und jetzt stecken wir das einfach mal ein und schauen, wie sich das verändert. Ja, ich würde sagen, bei den P-Cores, also im besten Fall kann man sich da vielleicht ein, zwei Grad Celsius schönreden, aber ich würde sagen, bisher kann ich da keine wirkliche Veränderung feststellen, also keine signifikante. Wirklich, wie gesagt, vielleicht ist die CPU ein, zwei Grad kälter, aber auf jeden Fall nicht mehr. Wir hatten ohne Pelletier-Element vorher circa 38.800, 39.000 Punkte und jetzt lassen wir es wieder laufen und schauen, was passiert. Also auf den ersten Blick sieht es schon mal besser aus. Wir haben 290 bis 280 Watt. Also ich glaube, im ersten Moment konnte die CPU vielleicht ein bisschen länger höher takten, aber so kann man sich auch täuschen, weil wir sind immer noch bei ungefähr dem gleichen Ergebnis. Jetzt wieder der Langzeittest im Cinematch R23 und wir sehen im Schnitt 227 Watt. Das sind gerade 6 Watt mehr als vorher. Wow. Wisst ihr, was mich an so einer Stelle immer wirklich fasziniert ist, wenn man auch zurückgeht und sich die Reviews anschaut, dann sieht man schon, dass die damals auch schon festgestellt haben, okay, der cooler Master V10 ist eigentlich gar nicht wirklich besser als andere High-End-Luftkühler. Auch wenn der so eine aufwändige Konstruktion hat mit Controller und Pelletier-Element in der Seite, da muss man natürlich auch immer betrachten, dass das Ding konstant dann, keine Ahnung, 50, 60, 70 Watt zieht. Das macht die Effizienz vom PC nicht besser und für 6 Watt weniger ist es das auch nicht wirklich wert. Was mich wie gesagt daran fasziniert ist, irgendjemand bei cooler Master muss ja so ein Produkt zum Beispiel gemacht haben. Das betrifft ja auch andere Produkte, die wir uns schon angeschaut haben, die so ein bisschen special waren und dann vielleicht gar nicht so gut performt haben. Aber irgendjemand muss das ja getestet haben, entwickelt haben und dann mal, wie wir hier jetzt auch, das Pelletier-Element aktiviert haben und sich gedacht haben, eigentlich bringt das gar nichts, was ich hier gemacht habe. Da ist es dann irgendwie immer strange, dass dann, ja, man muss ja getestet haben und gemerkt haben, das bringt gar nichts und trotzdem hat man sich entschieden, so ein Produkt dann im großen Stil ja zu verkaufen, zu launchen. Das ist schon, das ist schon echt crazy. Also ich kann euch auch versprechen, das ist nicht das letzte Produkt in dieser Richtung, das wir uns anschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht's gut bis dahin. Ciao.